Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Live auf Pixel. Im letzten Part war es der Game Boy, jetzt ist es das NES. Los geht's! Das Nintendo Entertainment System, kurz NES, wurde 1983 in Japan von Nintendo herausgebracht. Es ist ein 8-Bit-Cartridge-Based-System und wir legen einfach mal los. The Fortress, okay, wieder mal epische Mocke am Start. Gibt's hier unten irgendwas? Pika! Jede Menge Pika! Das ist nicht fein! Absolut nicht! Wie kann man nur sowas mit uns machen, oder? Das sag ich euch. Und dann auch so eine olle Fledermaus, die uns ja mal so herrlich auf den Keks geht. Hallo, mein alter Freund! Mhm, Fleshing Star Block, okay. So. Wir wollen zocken und nicht labern. Was machst du, Blobby, hier? Das ist mal wieder richtig geile NES-Grafik. Ach, ich find das Spiel einfach nur geil. So, was haben wir denn hier? Hä? Ah, ein Secret, ich verstehe. Okay, das Ding müssen wir da wohl rüberschieben, oder? Ja. Reicht das? Ja. Jawohl. Ah, Schiebemann und Söhne. Da kriegen wir mal was Neues beigebracht. Da wollen wir hin. Ah, war wohl nix. Da ist Obst. Obst ist gesund. So, zum Glück kriegen wir hier keinen Fallschaden. Da bin ich auch total froh drüber. So. Wo ist denn das Special Ding? Ist das hier vielleicht in der Nähe? Nee. Müssen wir mal gucken, wie viel brauchen wir denn noch? Alles klar. Da oben ist er. Trotzdem würde ich mal gucken, ob hier unten noch irgendetwas ist. Nee, gar nix. Gut. Dann haben wir hier alles. Wir haben das Obst. Und wir haben den Special Game. The Special. 19. 20. 21. Na. Sollte jetzt wohl kein Problem mehr sein. Exit. Super. 54% haben wir schon. Die, die, die. Security Guards. Okay, wir haben schon 57 von 72 Special Games. Nee, brauchen wir dann hier 26. Ich verstehe. So. Labalaba. Ja. Wir sollen nicht vergessen, die Kamera nach oben und nach unten zu bewegen, um mehr zu sehen. Das wissen wir aber schon, alter Mann. Okay, das wäre jetzt dämlich. So. Hechtsprünge, die wir hier veranstalten müssen. Wahnsinn. Was ist denn da oben los? Gar nix. Na, du stinkere Dingetier. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Oh. Das war, alter Walter. Das war richtig knapp gerade, ne? So. Aha, aha. Dann wird da oben irgendwas Geiles sein. Dachte ich's mir. Gut. Mist. Ist egal. Zumindest haben wir den Special Game. Das ist ja mal fies. Ob wir das überleben? Ich bezweifle es. Oder, 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 oder. Zwei noch. Lass mich raten. Hier kommen irgendwie noch ganz fiese Sachen. So kurz vor Togos Schluss. Kommen noch irgendwelche... Nein. Wow. First Try, meine Freunde. First Try. Pachinko Pixel. Okay. Lobbys. Da, 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 da. 36. 36 Stück. Das ist der Wahnsinn, Leute. 36 Games plus ein Special. Heißt also 37 Games, die wir finden müssen. Was geht da unten ab? Was geht da unten ab? Ugh. Pikas. Das ist ja mal eine ekelhafte Stelle. Boah. Naja. Mal müssen wir durch. Ich finde auch den Soundtrack wieder ziemlich cool. Ich finde ja die Überblendungen... Die Überblendungen. Beim Game Boy sind die ja mal... Total misslungen. Aha. So, so, so. Am wenigsten haben wir das Special Teil. Das weiß ich allerdings nicht, wie ich... Ach so, klar. Wir stellen uns da auf die Hälfte. Und dann können wir genau sehen, ob da Stacheln rauskommen oder nicht. Das ist es doch. So funktioniert es. Und nicht anders, würde ich sagen. So. Oder? Ja, perfekt. Wir müssen uns bloß ein bisschen vernünftig timen. Jetzt zum Beispiel. Und das war Mist. Können wir das nochmal... Ne. Wir müssen es nochmal machen. Hätten wir den einen jetzt nicht verpasst, wären wir gut bei gewesen. Aber... Ich habe mich zu dämlich angestellt. Bisschen Spaß muss sein, ne? Die NES-Ära. Na, sieh mal hin an. Okay. So. Jetzt. Gott sei Dank. Muss ich ja Angst haben. Dann wäre ich doch schön blöd, wenn ich jetzt da oben lang gehe, oder? Oder was meint ihr? So was sollte man nicht machen. Ne, ne. Wo ich bestimmt irgendwas cooles verpasse. Ist egal. Kann nur Obst sein. So. Opiepie. Hallo Pixel. Ich kann Äpfel riechen. Ich liebe Äpfel. Kannst du welche Äpfel sehen? Ich sehe aus wie ein Apfel, Mensch. Wie ein grüner Apfel. Aber bin ich nur ein kleiner, süßer Pixel. Big Pixel. So. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Ein bisschen warten. Kommen wir irgendwelche Stacheln raus? Ne. Boah. Okidoki. Dafür haben wir hier Cannons. Alter. Hier wird aber hart, ähm, scharf geschossen. Gut. 34. 36. Exit, exit, exit. Ach, das war da oben. Stimmt. Das war ja da oben. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Haha. Da, 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 da. So. Ach, wir kriegen das schon hin. Da bleib ich mal ganz unruhig. Dann hier ist das exit. Super. Haben wir auch das? Fall and you die. Schönen Dank auch. So. Batsch. Ok, das sieht ganz schön tricky aus. Aber. Soll das ein Problem für uns sein? Na. Das Problem ist es, wenn wir die scheiß Diamanten nicht einsammeln. So. So kriegen wir es hin. So kriegen wir es hin, denke ich. Ui. Das war blöd. Das war ganz blöd. Merkt man sich? Nächstes Mal ein bisschen geschickter anstellen. So. Na gut, den Doppelsprung brauchen wir ja nicht zwingend immer. So. So, Dilla. So. Wunderbar. Der Pfeil zeigt irgendwo hin. Wo zeigt er hin? Zum Obst. Oder zum Gemüse. Zum Gemüse zeigt er hin. Der Feier. So. Fall and you will die. Das ist eine Aussage. Wow. Wir müssen aber ordentliche Höhen erklimpen. So. Ich pfeife mal auf das Gemüse. Das sollte man natürlich nicht, liebe Kinderchen. Immer schön euer Gemüse essen. So. Perfekt. Okay. Archea Champ. Total Playtime. Over zwei Stunden. Cool. Construct your site of doom. Das sieht ja mal richtig fies aus. Ah. Hat er uns getroffen. Dieser Drecksack. Na, wir haben nicht sterben. Alter. Das Blöde. Ich habe nur noch ein Herz. Was kriegen wir denn hier Schönes? Nein. Hätten wir jetzt noch dieses Special Game eingesammelt, dann hätten wir uns den Weg dahin sparen können. Oh, so ein Schmutz. Batsch. Das tat weh. Das tat weh. So. Schieß mal. Böse Sache. Böse Sache. Böse Mietz. Das ist ja mal eine fiese Stelle hier. Gut. Müssen wir uns schnell die Crystals holen hier oben. Aber möglichst nicht aufpiksen lassen, ne? Ich sehe schon. Das wird wieder ein bisschen dauern. Das ist gut. Das ist gut. So gefällt es mir. Gut. Da kommen die Schüsse gar nicht hin. Das ist sehr nice. Pika. So. Gut. Wenigstens haben wir das Special. Wie komme ich denn da ran? Okay. Das scheint hier ganz schön gemein zu werden. Ach Gott. Weißerchen. Fuck. Es fehlen sowieso noch zwei. Gut. Boom. Hat er gemacht. Ist das ein Schweinebuckel. Dann holen wir uns die am besten direkt. So. So. So geht es ja nicht. So geht es ja nicht weiter. Streng dich an. Soldat. In grün. Gott sei Dank. Hätten wir es. Jetzt heißt es bloß noch durchhalten. Das ist aber auch fies mit den Stacheln da oben. So. So. Bloß weg hier. So. Weißerchen. Und raus hier. Mann. Ja. Das ist interessant. Leather Runner. Okay. Was sagt uns das? Wir seien auf die Leiter. Dann klettern wir auf die Leiter. Wir klettern auf die Leiter. Auf und weiter klettern wir. Was geht es wieder nach unten? Na ihr Blobys. Alles klar. Halt schickt bei euch. Hoffe ich doch. Bei mir schon. Und bei euch meine Freunde. Alles gut. So. Wir müssen noch ganz schön klettern. 21 von 37. Aber ich meine, der Level geht bisher noch. ist noch relativ gut zu spielen. Das Ding haben wir auch. 29 von 37. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Wie viele Level kommen hier noch? Gut. So. Ah. Man muss ja die Lage abchecken, ne? Sei vorsichtig, Pixel. Das ist ein langer Weg nach unten. Mh. Mh. Ob ich hier alles nach geheimen Portalen abgesucht hätte, aber... Nein, habe ich nicht, mein Freund. Aber der Level war jetzt nicht besonders krass. Auch gut so. Muss ja auch nicht immer bockschwer sein. The Forest of Fear. Na, das klingt schon wieder ganz anders. So, ich glaube, das ist sogar der Letzte vor dem... Bisschen aufpassen. Bisschen aufpassen. Na. Na, das werden wir gleich erfahren. Nein. Ist nicht der Letzte. Hm. 20. Okidoki. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen umgucken, weil irgendwo fehlt uns da noch was. Aha. Aha. Gut, jetzt haben wir's. Yeah. Äh. Nein. Verdammt. Oh, ist das gemalt. Ist das gemalt. Aber das kriegen wir hin. So krass schwer war's jetzt auch nicht. Nein, 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 nein. So schwer war's auch nicht. So. Hallo. Blue Boats. Okidoki. So war's die. Dann müssen wir noch ein bisschen mit dem Wasser aufpassen, ne? Ich glaube aber wirklich jetzt, dass das der vorletzte Level ist. Na ja, schauen wir mal. Na, das mit dem Wasser hier ist noch ein bisschen tricky. So, machen wir's einfach so. Äh. Doof. Ne, es geht noch. Wow. Und gepackt. So. It's time for cake. Hey, 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 hey. Das ist aber nett. Geben wir hier was geschenkt? Kann nicht sein. Wow. Wow. Wir haben alle in der Special Games eingesammelt. Da 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 da. Komm, wir fahren auf. Now. Das hat man uns geschenkt. Und ich bin da nicht so traurig drüber. Continue. Cool. Wir haben den Apple 2 freigeschaltet. Victory. Was ist das? Kann seine Augen nicht trauen. Diesen Raum. Wurden Pixel real. Well done. You have complete 8-Bit Life of Pixel. Wir haben alle 8-Bit Maschinen geschafft. Cool. Super icon. Ja, das wird ganz gerne überlesen können. Super. Dann... Ja, dann seid gespannt, was dann im nächsten Part sein wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.